Hallo, hallo! Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge spreche ich darüber, was du von Elon Musk für dich und deinen persönlichen Work-Life-Flow lernen und adaptieren kannst. Let's go! Elon Musk, natürlich der weltberühmte Erfinder, er steckt hinter Tesla, SpaceX, Neuralink und The Boring Company sowie zahlreichen anderen Projekten, ist natürlich auch ein erfolgreicher Investor. Ja, und ich persönlich bin davon überzeugt, dass man sich viel von ihm abschauen kann, weil er eben weltbekannt ist für seine Visionen, auch für seine Beharrlichkeit und wohlgemerkt auch das Ganze in die Realität umzusetzen. Also es sind nicht irgendwelche Hirngespinste, sondern er denkt etwas, er überlegt etwas, er hat eine Idee und dann macht er das. Egal, wer ihn für verrückt erklärt, er ist da sehr konsequent und das bewundere ich doch sehr. Ja, und im Folgenden zeige ich dir vier Dinge auf, vier Eigenschaften, die mir bei ihm aufgefallen sind, die du auch für dich mitnehmen kannst, ganz egal, in welcher Branche du unterwegs bist, ob du studierst, ob du zur Schule gehst, egal wie alt du bist, wo du herkommst, was du glaubst, all das spielt keine Rolle. Ich persönlich glaube, diese vier Eigenschaften sind relevant für alles, privat wie beruflich, um voranzukommen. Punkt eins, klare und große Ziele setzen. Also Musk ist eben, wie gesagt, ein Meister darin, dass er sich große Ziele setzt, die scheinbar unmöglich scheinen. Ja, also er spielt nicht klein, sondern er sagt von vornherein, ich möchte auf den Mars, ich will die Menschheit voranbringen. Ja, ich möchte sie auch schützen vor Katastrophen wie Klima. Ja, ich entwickle diverse Dinge und möchte die menschliche Intelligenz erweitern mit künstlicher Intelligenz. Ich will, dass die Menschheit vorankommt. Und er ist da eben sehr ambitioniert und hat da, wie gesagt, sehr klare Ziele. Und er sagt eben nicht, ja, mal schauen, sondern er guckt, wie ist das möglich? Ja, was könnte ich da machen? Wie könnte ich das umsetzen? Er ist sehr beharrlich und wie gesagt, er lässt sich auch nicht beeindrucken von Menschen, die ihn für verrückt halten oder verrückt erklären oder die ihn irgendwie in eine negative Ecke framen und labeln wollen, sondern er ist so fokussiert auf sein Ziel und auf seine großen Ziele, dass er da beharrlich weiter immer dran bleibt. Und damit kommen wir auch schon zum Punkt zwei, Beharrlichkeit. Ja, also er ist wie gesagt beharrlich und Power Energy, klare Absichten, all das geht miteinander einher. Wenn dich diese Begriffe näher interessieren, check meine Beschreibung, wo ich weiterführende Podcastfolgen verlinken werde oder allgemein meine Playlists, wo du einzelne Podcastfolgen zu den verschiedensten Themen auch bezüglich Fokus finden wirst. Ja, also er ist fokussiert, er ist beharrlich und es interessiert ihn nicht, was andere Menschen sagen oder denken. Er macht das, was er für richtig hält und ist da eben beharrlich und fokussiert. Und wohlgemerkt, was einhergeht, auch mit ständiger Verbesserung. Also nicht falsch verstehen, wenn man beharrlich ist, heißt das nicht, dass du jeden Tag jahrzehntelang immer dasselbe machst, weil du merkst, was gestern funktioniert hat, funktioniert heute oder morgen nicht mehr. Ja, was dich heute noch voranbringt, blockiert dich morgen oder übermorgen. Deswegen ist er auch ein großer Vertreter von Perspektivenwechsel, um diese Beharrlichkeit eben aufrecht zu erhalten. Also nicht falsch verstehen, Fokus bedeutet nicht Starrheit, sondern Fokus bedeutet auch Flexibilität im Denken und Handeln, weil du eben checkst, also wenn ich ein Ziel habe, dann heißt es nicht, dass das, was ich jetzt gerade denke, der einzige Weg ist, sondern ich probiere etwas aus und dann schaue ich, inwieweit mich das da hinbringt. Und wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann muss ich eben andere Wege finden. Ja, also Beharrlichkeit und Fokus immer auch einhergehend mit ständiger Innovation, Perspektivenwechsel, dass man immer wieder guckt, okay, Moment mal, wie kann ich das Ganze noch effizienter gestalten? Welche Lösungswege gibt es noch? Immer alles nochmal versuchen zu verbessern, immer wieder auch den Status Quo hinterfragen. Warum ist alles so, wie es ist? Es muss ja gar nicht so sein. Es ist nur so, wie es ist, weil viele Menschen glauben, dass es so ist, weil es eben so sein muss. Aber das ist eben auch nur ein Mindset und er hinterfragt prinzipiell sämtliche Mindsets und sämtliche Ist-Zustände und ist immer auch mit dem Zukunfts-Ich verbunden. Ja, und das ist eben auch mit ständiger Innovation gemeint, Perspektivenwechsel. Was kann man verbessern? Wie kann man etwas noch besser machen? Und das ist letztlich auch der Schlüssel zu seinem Erfolg. Dann kommen wir noch zum dritten Punkt, ergebnisorientiertes Denken. Also es ist dafür bekannt, dass er komplexe Probleme aufdröselt und nicht einfach sagt, okay, das ist ein Problem und jetzt suche ich nach einer einfachen Lösung, sondern er gräbt wie ein Goldgräber sämtliche Schichten nach unten, bis er wirklich an die Kernursache eines Problems gelangt ist. Also er zerlegt, analysiert komplexe Probleme in ihre letzten noch so kleinen Bestandteile und baut daraufhin dann Lösungen und Strategien auf. Und wie gesagt, wenn er merkt, die funktionieren nicht mehr oder nicht mehr so gut, dann ändert er seine Strategie, ändert er seine Taktik. Ja, je nachdem, langfristig, kurzfristig, aber er hat eben sein Ziel vor Augen und checkt immer, es ist ja egal, wie etwas geschieht, Hauptsache das Ergebnis zählt. Ja, und das ist damit gemeint, also nicht immer so in den Details verlieren, sondern natürlich die Details analysieren, aber das große Ganze nicht vergessen und eben ergebnisorientiert denken, lösungsorientiert denken und checken, hey, jedes Problem hat seine Ursache und jede Ursache hat wiederum eine Ursache und er geht dem Ganzen eben immer wieder auf den Grund, ja, umgibt sich auch mit anderen lösungsorientierten Menschen und deswegen ist er auch ein Meister in dem, was er tut. Und die vierte Fähigkeit, Risikobereitschaft. Ja, heutzutage, viele Menschen haben Angst, sie gehen keine Risiken ein. Dabei ist das größte Risiko im Leben eben, wenn man keine Risiken eingeht und er scheut sich eben nicht, große Risiken einzugehen. Ja, er hat so viel gegründet, ist auch so oft fast pleite gegangen, hat dann aber doch wieder seinen Kopf durchgesetzt und war auch immer positiv gestimmt, ja, also immer zuversichtlich. Er hat immer an seine Vision geglaubt und das ist auch eine Kerneigenschaft. Ja, wenn du nicht an dich selber und deine Arbeit oder was auch immer du da tust, privat, beruflich glaubst, ja, dann wird auch kein anderer an dich glauben, ja. Und das ist natürlich auch ein Hergehen, wie gesagt, mit der Risikobereitschaft, weil natürlich am Anfang sieht niemand den Weg außer du, ja, oder in seinem Fall, niemand sieht, was er sieht, ja. Es ist eine Vision, es ist im Kopf, aber wenn er dann checkt, okay, Moment mal, man kann das in der Realität umsetzen und jeden Tag nähere ich mich dem Ziel ein bisschen, dann gelangen auch andere Menschen in diesen Sog, sag ich mal, in diesen mentalen, energetischen Sog hinein und checken, wow, stimmt, das ist wirklich möglich, das Unmögliche wird irgendwie doch möglich und dann hat man auch Bock, da mitzuarbeiten. Und ich glaube, so gewinnt er auch immer wieder Menschen für seine Arbeit und für seine Projekte, weil er eben so überzeugt ist und so risikobereit ist, dass er eben sein Geld investiert, seine ganze Zeit, seine Energie, alles, was er hat, Herzblut, ja, Schweißtränen, alles, was er hat, gibt er in seine Projekte, weil er so überzeugt ist, ja. Du musst immer auch gucken, wenn Leute sagen, sie sind überzeugt von einer Arbeit oder sie sind überzeugt von irgendwas, wie viel Energie und Zeit sie da reinstecken, auch privat, ja, und auch Geld. Und wenn da nicht so viele Investments da sind, ja, dann ist die Überzeugung wohl doch nicht so groß, ja. Also auch immer andere beobachten, dich selber beobachten, reflektieren und wie gesagt, diese vier Kategorien, diese vier Eigenschaften. Ich persönlich, da kann man viel lernen und für sich mitnehmen, für eigene berufliche oder private Ziele, dass man, wie gesagt, eben ergebnisorientiert denkt, dass man beharrlich bleibt, fokussiert, aber dennoch flexibel im Denken und Handeln, dass man eben die Taktik doch ändern kann oder langfristig auch die Strategie, dass man große Ziele hat, klare Ziele hat, ja, dass man nicht denkt, ach, ich bin ja so klein, ich kann ja nichts machen, sondern ruhig ein bisschen größer denken, ja, Hashtag Think Big und immer überlegen, okay, was könnte ich verbessern, was könnte ich jetzt ändern und natürlich musst du jetzt nicht auf den Mars auffliegen wollen oder die Menschheit retten wollen, ja. Also ich sage nur, er ist ein großes Beispiel, ein Großdenken, aber du kannst das, wie gesagt, auf dein Leben adaptieren und dir irgendetwas aussuchen, was dich persönlich begeistert, wofür du brennst und, ja, dann, wie gesagt, diese Eigenschaften für dich mitnehmen und natürlich auch proaktiv jeden Tag stärken, denn Mindset und Energie entstehen nicht über Nacht, die kannst du nirgendwo downloaden, ja, du kannst sie nur regelmäßig trainieren und das ist eben eine Kunst für sich und, wie gesagt, sie braucht viel Zeit, viel Energie, viel Aufwand, nichts geschieht über Nacht, nichts kommt über Nacht, dessen musst du dir immer bewusst sein und, wie gesagt, diese vier Eigenschaften helfen dir dabei, egal, was du jetzt im Leben noch so vorhast, beruflich wie privat, diese vier Eigenschaften bringen dich auf jeden Fall immer voran und selbst, wenn etwas nicht so läuft, wie du es möchtest oder es anders läuft, als du es dir vorstellst, also alles, was du während dieser Zeit und während des Weges, während des Prozesses gelernt hast und dir an Kompetenzen angeeignet hast, ist ja nicht umsonst, es nützt dir wieder in der neuen Lebensphase, bei neuen Projekten, bei neuen Hobbys, bei neuen beruflichen Aufgaben, bei neuen Beziehungen, wo auch immer, also nichts ist umsonst, was du dir angeeignet hast, eben an Kompetenzen, an Eigenschaften, an Fähigkeiten und deswegen glaube nicht, dass irgendetwas im Sonstes im Leben oder verschwendet, wenn du eben fokussiert bleibst und immer an dich glaubst. Ich persönlich denke, das ist so die Kernaussage von Elon Musk, dass man eben etwas haben muss, wofür man brennt und dann ist alles andere eigentlich egal. Keep it in the Villa. Ciao. Ciao. Vielen Dank.